Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es ist soweit. Heute kommt der dritte Teil zu unserer kleinen WLED-Serie. Ihr erinnert euch sicher, im ersten Teil haben wir die Hardware durchgespielt, haben das ganze Zeug angeschlossen und verlötet und gemacht und getan und mit Rallys geschaut und was alles dazugehört. Im zweiten Teil dann haben wir die Software behandelt, WLED installieren und WLED bedienen und so weiter und so fort. Es waren ja lang genug, die beiden Videos und heute im dritten Teil wird es nicht so lang, weil es geht jetzt um die Integration von WLED in den IOPoker. Ich nutze IOPoker, damit wird mein ganzes Haus hier gesteuert und deswegen auch IOPoker und die Integration an sich ist sehr einfach und überhaupt nicht kompliziert. Ihr müsst aber als Grundvoraussetzung den IOPoker schon irgendwo installiert haben, das behandle ich heute nicht. Wir werden dann auch, wenn wir das integriert haben, mal ganz kurz noch mit dem Tasch da ein bisschen rumspielen, also euer WLED-Projekt an- und ausschalten und einen Effekt mal ändern damit, einfach damit ihr so seht, wie einfach das ist. Den Rest müsst ihr euch erarbeiten, es gibt genug Anleitungen im Internet, es soll nur mal so ein Überblick sein, wie funktioniert es, was kann man machen. Wir sehen uns direkt nach dem Intro, bis gleich. Wie ich ja im Vorwort schon gesagt habe, ist unser Ziel nachher mittels IOPoker und einem Zigbee-Taster, den ihr irgendwo gekauft habt, es kann ein Ikea-Taster oder sonst was sein oder irgendeinem anderen Objekt, was ihr in eurem IOPoker integriert habt, ein Bewegungsmelder oder sonst was. Scheißegal, ich mache es mit dem Taster zum demonstrieren, also quasi unser WLED-Projekt mit dem Taster an- und auszuschalten. Ja, da kann man natürlich dann auch die Farben ändern und hin und her, aber wir machen es ganz einfach, es soll nur mal den Weg zeigen, rumspielen könnt ihr dann alleine. Ich gehe davon aus, dass IOPoker bei euch schon installiert ist und läuft, da gibt es auch hunderte von super Anleitungen im Netz und ob ihr das auf dem Raspberry Pi habt, auf eurer NAS oder sonst irgendwo, ist scheißegal. Hauptsache IOPoker ist installiert und läuft und im besten Fall habt ihr natürlich schon ein paar Objekte drin, also Taster, Bewegungsmelder, Türsensoren, weiß der Geier, was eure Tür klingelt. Ja, von mir aus soll euer WLED-Projekt grün blinken, wenn die Tür klingelt, aber es macht ja alles keinen Sinn, wenn man nicht hier schon ein paar Objekte drin hat. Weil sonst kann ich ja das Ganze ja auch einfach über meine App bedienen, wenn ich einfach nur an Ausheldunkel machen will, ein paar Effekte ändern, da brauche ich nicht IOPoker. Ja, also gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr habt IOPoker installiert und seid wie ich hier auf dem Startbildschirm. Bei mir ist das hier das Produktivsystem, das heißt, hier läuft mein ganzes Haus drauf. Ich habe auch schon WLED installiert. Wir installieren also jetzt für hier, für diese kleine Anleitung, einfach WLED neu als weitere Instanz. Das ist aber bei euch eins zu eins das Gleiche, könnt ihr genauso nachmachen. Zuallererst brauchen wir natürlich einen Adapter, da klicken wir da oben links auf Adapter, der natürlich mit WLED kommuniziert. Und ich mache das gerade mal wieder weg. Wenn ihr hier auf Adapter klickt, in den Standardeinstellungen, kriegt ihr natürlich eine riesen Latte an Adaptern, womit ihr irgendwelche Geräte mit IOPoker bedienen und steuern und auslesen könnt. Wir möchten aber WLED, also suchen wir hier oben in der Mitte nach W... Natürlich muss es richtig schreiben, nach WLED und schon sehen wir hier, ist der WLED Adapter da und den kann man installieren. Da drücken wir auf die drei Pünktchen, da kriegt man noch eine kurze Info, was der macht. Und dann haben wir hier das kleine Plus, da drücken wir drauf, die Instanz lassen wir auf Auto. Da legt er nämlich dann automatisch der Reihenfolge nach Neue Instanzen an. Ich habe ja schon eine, das ist 0, da sind meine WLED Projekte drin, er würde jetzt quasi die 1 anlegen. Dann einmal auf hinzufügen und schon installiert er uns den Adapter und nachdem wir den installiert haben, finden wir den unter Instanzen. In dem Fall ist er direkt nach der Installation schon in die Adapterkonfiguration gesprungen und wir sehen hier, es ist noch kein Device drin. Jetzt ist es so, der WLED Adapter, der sucht, wird hier oben rechts eingestellt, der sucht alle 30 Sekunden nach WLED Projekten oder nach WLED Instanzen bei euch im Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal auf Refresh drücken würde, kann es sein, dass er sogar schon eins meiner Projekte gefunden hat. Nee, in dem Fall nicht, aber er versucht es zumindest. Es kann also sein, dass wenn ihr ein WLED Projekt neu macht und ihr habt es eingerichtet, wie in meinem zweiten Video erklärt, dass das hier dann automatisch auch schon auftaucht. In unserem Fall nicht, also drücken wir auf Add Device und geben die IP-Adresse ein, die unser WLED Projekt bekommen hat. Darüber haben wir ja, wie gesagt, im zweiten Video der Anleitung, im Video über die WLED Software gesprochen. Und in meinem Fall ist die 192, 186, 178, 251. Das ist die Wand hinter mir, die Leuchte. Die seht ihr dann auch gleich nochmal in der Kamera. Sonst macht das Ganze ja keinen Spaß, aber momentan braucht man das noch nicht. Und drücken einmal auf Add und dann wird das hier auch hinzugefügt. Und jetzt seht ihr schon, aha, irgendeine ID. Die Name WLED Wand Büro, die IP-Adresse dazu und grün, es ist verbunden. Also habe ich jetzt mein WLED Projekt mit meinem IOProger verbunden. Hier gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer der Name hier. Das haben wir im zweiten Video auch geklärt. Den Namen, den ihr in eurer WLED Software für dieses Projekt, das ist jetzt meine Wand Büro, unter Config und unter User Interface vergebt. Hier, Server Beschreibung. Den Namen, den ihr hier reinschreibt, den verwendet unser WLED Adapter im IOProger automatisch. Also es ist ganz wichtig, dass ihr hier auch einen Namen reinschreibt. Dann habt ihr nämlich hier automatisch schon die Benennung drin. Und findet dann euer Projekt, wenn ihr da jetzt viele, viele drin habt, später umso besser. Nachdem das alles eingestellt ist, drücken wir einmal auf Speichern und Schließen. Er wird jetzt den WLED Adapter einmal neu starten. Und sobald er wieder auf grün ist, können wir auch schon loslegen. So, nachdem das dann funktioniert, als wir sehen, er hat neu gestartet. Unser Projekt ist noch drin und es ist grün. Und jetzt seht ihr auch, er hat automatisch nochmal einen Tisch im Büro gefunden. Das hat er jetzt eben in seinem 30-Sekunden-Intervall immer wieder gescannt. Hat jetzt noch einen Tisch gefunden. Da werden jetzt wahrscheinlich nach und nach dann alle Projekte auftauchen. Spielt aber keine Rolle. Ihr könnt es ja hier über Add-Device einfach hinzufügen. Wie auch immer, nachdem das hinzugefügt ist und ihr einmal gespeichert und geschlossen habt, findet ihr, wie in IO-Broker üblich, unter Objekte dann auch die Instanz dazu. Die Instanz dazu, sag ich schon, die Funktionen, die ihr bedienen könnt dazu. Unter Objekte im IO-Broker habt ihr quasi Zugriff auf alle, alle von euch eingerichteten Instanzen. Und können die direkt von hier auch schon steuern. Wir haben hier also einen Ordner WLED. Da ist das drin. Ich musste schließen. Ich war da natürlich schon vor dem Video mal drin. Habe ein bisschen drin rumgespielt. Ich habe einmal hier die WLED Instanz 0. Das ist meine Produktive fürs Haus. Und einmal hier die 1. Die haben wir jetzt gerade installiert. Da gehen wir rein. Und da haben wir jetzt auch Wandbüro und Tischbüro. Uns interessiert aber die Bürowand. Da gehen wir auch rein. Und schon sind wir bei den ganzen Funktionen, die wir eben anwenden können. Und hier ist ganz wichtig, wir haben hier einmal Funktionen, die gelten eben für den ganzen Streifen. Die haben wir hier im Hauptordner drin. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel schon über On, da steht On, Off, den WLED Streifen einschalten und ausschalten. Das können wir mal kurz machen. Ich gehe also auf den Zustand hier hinten. Der ist momentan auf False, also Aus. Ich schalte den auf True an und setze den Wert. Und wie ihr seht, geht es jetzt schon hinter mir an. Und ihr merkt, es funktioniert. Und so einfach ist das. Installiert, einmal kurz geaddet und schon habt ihr Zugriff auf euer Projekt über IOProker. Hier zum Beispiel können wir die Helligkeit einstellen. Der Wert geht von 0 bis 255. Wie übrigens fast alle Werte bei WLED auch. Also egal, ob ihr, wenn ihr auf eurer WLED App seid, seht ihr das auch, ob ihr Effektspeed einstellt. Schaut mal auf die Zahl unter dem Schieberegler 0 bis 255. Oder die Effektintensität 0 bis 255. Das gleiche gilt auch für die Helligkeit und so weiter und so fort. Also haben wir hier Bri, was auch immer das heißen soll, steht rechts daneben. Die Helligkeit vom Licht, die steht momentan auf 86. Wenn ich hier jetzt 255 eingebe, dann wird es da hinten richtig hell. Und wenn ich eben, keine Ahnung, von mir aus 10 eingebe, dann wird es da eben ein bisschen dunkler. Wunderbar, wir machen mal ein bisschen heller, damit man da auch ein bisschen was sieht. Und so funktioniert das Ganze. Und jetzt haben wir ja im zweiten Video von dieser dreiteiligen Reihe, haben wir ja gesehen, dass man Segmente anlegen kann. Und das ist jetzt wichtig, weil die meisten Einstellungen für den Streifen sind nachher im IO-Programm hier im Ordner Segmente. Nur kurz zur Erklärung, wenn ihr keine Segmente angelegt habt, ist trotzdem immer ein Segment drin, nämlich das Segment 0. Und das beinhaltet dann alle LEDs von zum Beispiel eurem Streifen, wie dem bei mir hier an der Wand, den ihr im Video seht. Das heißt, egal was ich hier anwende, Farbe, Effekte, wirkt sich immer auf den ganzen Streifen aus. Das könnt ihr ja im zweiten Video nochmal anhören, was die Effekte genau machen. So, da ich nur ein Segment habe, nämlich das Segment 0, taucht bei mir, wenn ich hier auf Segmente drücke, auch nur das Segment 0 auf. Und da drin jetzt eben, da haben wir eben die meisten Funktionen, die wir anwenden können aus WLED. Da haben wir wieder an, aus, wir haben die Helligkeit, wir können hier den Effekt an sich verändern, wir können die Effektintensität verändern. Also hier können wir fast jede Funktion, die wir auch hier haben, können wir hier eben anwenden. Dann haben wir hier noch ein bisschen Farbspielereien, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen rumspielen, das ist ja alles hier auch beschriftet in der Mitte, in der Spalte Name. Habt ihr hier auch eine Beschriftung, was das Ganze bedeutet und einfach hier hinten in der Spalte Wert, könnt ihr dann die Werte anpassen. Und ihr seht ja, was dann bei eurem Projekt passiert. Ich könnte hier zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte einen anderen Effekt haben, dann klicke ich drauf, suche mir einen Effekt aus, keine Ahnung was, nehmen wir Scan und zack, Wert setzen und schwupp, ändert sich der Wert hinter mir und da passiert irgendwas. So einfach ist das. Ich mache mal wieder den Effekt Rainbow rein, weil das sieht man dann nachher am meisten, das sieht auch relativ schön aus, finde ich so, wunderbar. Ja, aber das macht ja alles keinen Sinn, weil alles, was ich hier klicken kann, kann ich auch über meine WLED-App viel bequemer und viel schöner klicken. Also die ganze IO-Broker-Integration, die bringt ja überhaupt nichts, wenn ich eben nicht mit anderen Geräten interagiere. Und in dem Fall möchte ich ja mit einem Zigbee-Taster, den habe ich hier, möchte ich ja dafür sorgen, dass mein WLED-Streifen da hinten mein Projekt an und aus geht. Nur mal als kleines Beispiel. Ja, sonst macht ja der ganze IO-Broker auch keinen Sinn. Oder ich möchte, wie Anfang schon erwähnt, irgendwie einen Bewegungsmelder da dranhängen oder meine Tür klingeln oder sonst was. Und genau das machen wir jetzt. Und zwar programmieren wir uns dazu ein Skript und das geht ganz einfach, das schauen wir uns jetzt an. Und um so ein Skript zu programmieren, gehen wir da links auf Skripte und ich habe da natürlich schon ein paar drin. Wir legen uns aber jetzt einfach ein ganz neues an, dazu drücken wir da oben auf das kleine Plus und wir erstellen ein Blockly-Skript. Das ist nämlich richtig schön einfach, da kann man nämlich mit Baustein sich irgendeine Funktion zusammenbasteln und muss da keinerlei Programmierkenntnisse haben. Da reicht gesunde Menschenverstand und ein bisschen Logik. Und ich sage auch gleich dazu, dass so wie ich jetzt das Skript aufbaue, da gibt es natürlich noch viel schönere Möglichkeiten. Und man kann es viel kürzer und angenehmer machen, aber es soll ja zur Veranschaulichung dienen. Also gut, wir wählen hier also ein Blockly-Skript aus. Jetzt fragt er uns nachher Namen, den nehmen wir jetzt mal WLED-Test. Und ich möchte ihn im Root-Verzeichnis, also nicht hier in Ordner packen, ich möchte ihn ganz hier drunter haben. Hier könntet ihr, falls ihr Ordner über dieses Plus-Symbol hier oben angelegt habt, könntet ihr euch hier noch aussuchen, in welchen Ordner möchte er denn das Skript ablegen. Das dient eigentlich nur zur Übersicht. So, WLED-Test ist angelegt und unser Skript ist auch gleich geöffnet und wir können direkt loslegen, hier los zu programmieren, in Anführungsstrichen. Und das Erste, was wir brauchen, ist ein Trigger. Ja, weil ein Trigger ist ja ein Teil, was einfach darauf hört, wenn was passiert. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. Also ein Trigger lauscht einfach auf irgendwas, das ihr bestimmt und guckt, tut sich da was. Mehr macht er erstmal nicht. Also ich habe so ein Trigger-Objekt, das findet ihr hier in Trigger. Da gibt es auch verschiedenste Trigger. Zum Beispiel könnt ihr auch nach Zeit triggern, Zeitplan erstellen oder nach irgendwelchen Astro-Sachen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, sonst irgendwas. Könnt ihr zum Beispiel sagen, wenn die Sonne aufgeht, dann fang ganz wild an zu blinken, dass ich morgens toll aufwache oder irgend so ein Käse. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Ich kann die auch nicht alle erklären. Deswegen, da müsst ihr euch ein bisschen reinfuchsen. Da gibt es ja zum Beispiel auch das IO-Programm-Forum, was echt toll ist. Und es gibt tolle Anleitungen auf YouTube oben im Netz, da wird das Ganze hier erklärt, was ihr für Möglichkeiten habt. Ich zeige jetzt einfach anhand von einem kleinen Taster, was man da auf die Schnelle bauen kann und wie einfach das im Prinzip ist. Also ich habe meinen Trigger rausgezogen. Mein Trigger soll natürlich darauf hören, dass ich auf den Taster drücke. Also sobald ich auf den Taster drücke, den ich euch vorhin gezeigt habe, soll ja irgendwas passieren. Also tue ich hier unter Objekt-ID meinen Taster auswählen. In dem Fall ist es ein Zigbee-Taster. Der ist bei mir natürlich dann im Zigbee-Ordner. Und das ist mein Taster, womit ich auch mein Büro-Lichtsteuer, also hier Taster Büro. Und ich möchte, wenn ich in die linke untere Ecke klicke, möchte ich, dass was passiert. Das ist ein Taster, der hat auch noch vier-Tast-Funktionen und dann auch noch mit Halte-Funktionen. Also wenn ich die Taste lang drücke, dass was passiert. Aber es interessiert jetzt alles nicht. Ich möchte, wenn ich die linke untere Ecke klicke, soll irgendwas passieren. Dann klicke ich das an und habe mich natürlich jetzt verklickt. Ich muss auf OK drücken. Und dann steht es hier drin. Also wenn dieses Klick-Event ausgelöst wird, dann tue irgendwas. Und das, was er tun soll, muss man jetzt in diesen Trigger hier in die leere Lücke reinschreiben. Und zuerst müssen wir ja dann prüfen, ist unser W-LED-Streifen an oder nicht. Weil je nachdem, ob er an ist, soll er ihn ja ausschalten. Und wenn er aus ist, soll er ihn anschalten, wenn ich hier klicke. Also brauchen wir eine Logik. Wir müssen ja abfragen. Und dann nehmen wir dieses Falz-Objekt. Das mache ich hier rein. Ich möchte ja wissen, falls mein W-LED-Streifen an ist hinten im Büro, dann mache ich ihn aus. Und sonst, also hier mit dem Zahnrad kann man diese Blöcke noch erweitern mit den Funktionen, die jetzt zur Verfügung stehen. Und sonst mache ich ihn an. Ganz einfach. Das habe ich jetzt mal im Kopf so durchgesponnen. Und falls irgendwas, tue was und sonst tue was. Ja, ich merke schon, ich bin der Oberlehrer. Es funktioniert irgendwie gar nicht. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt müssen wir natürlich prüfen, falls unser W-LED-Streifen aus ist, dann mache ich ihn an. Ja, also brauche ich unter System, das weiß ich halt, dass es da ist, aber unter System findet ihr natürlich die Objektabfragen unter anderem. Sag ich, falls der Wert von meiner Objekt-ID, also falls der Wert von meinem LED-Streifen gleich false, das Gleichheitszeiten finden wir in Logik und war und falsch finden wir auch in Logik. Und das können wir jetzt einfach mit dem Und-Symbol verknüpfen. Und dann haben wir das schon zusammengebastelt. Falls der Wert von meinem ID auswählen steht hier noch, von meinem W-LED-Streifen. Da gehen wir dann in den Ordner W-LED, in die erste Instanz. Da waren wir ja gerade drin, das hat mich verklickt so jetzt. Und ich möchte ja prüfen, ist er an oder aus? W-LED-Wand-Büro, da haben wir den on. Da steht er drin, true, false, wenn er an und wenn er aus ist. Also falls dieser Wert gleich falsch, also aus, klickt es hier ein. Da haben wir hier den kompletten Begriff. Dann mach was. Und was soll er dann machen? Dann soll er, und das finden wir wieder in System, dann soll er unser Objekt steuern. Und unser Objekt ist logischerweise auch wieder an aus, weil wenn es aus war, soll er es ja auf anschalten. Und zwar mit, unter Logik, mit war. Ah, das ging jetzt vielleicht alles ein bisschen schnell, oh Gott, das ging jetzt vielleicht alles ein bisschen schnell. Ich hänge das jetzt hier unten dran. Aber es fällt mir echt schwer, solche Dinge zu erklären, gell. Also ich hoffe, ihr kommt da mit und ihr zieht da Nutzen raus. Jetzt gehen wir das Ganze nochmal durch, ganz kurz. Also wenn ich auf meinen Taster klicke, hier haben wir den Taster ausgewählt. Dann tu, was hier unten passiert. Und als erstes prüft er, ob der Wert von unserem WLED-Projekt, haben wir hier ausgewählt, ne, war ein Büro. Der Wert an, aus, den soll er prüfen. Und wenn der falsch ist, soll er den Wert an, aus auf anschalten. Und wenn der nicht auf falsch ist, das ist ja dieses sonst hier unten. Da kopiere ich mir jetzt einfach den Krempel hier runter, dann brauche ich es nicht ändern. Wenn er nicht aus ist, dann soll er ihn einfach auf anschalten. Und im Prinzip war das jetzt schon alles. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal testen. Dazu muss man das Skript hier oben einmal mit Speichern speichern. Und dann haben wir hier links noch einen Play-Button. Der ist noch rot, da drücken wir mal drauf. Dann wird das Skript auch gestartet und sollte jetzt rein theoretisch funktionieren. Ja, theoretisch sage ich nicht ohne Grund, weil es wird so nicht funktionieren. Ich habe das Skript jetzt einfach mal so aufgebaut, weil es viele wahrscheinlich so machen würden. Und so habe ich es nämlich am Anfang auch immer falsch gemacht. Aber egal, wir testen es einfach mal aus. Ich habe hier den Taster und ich drücke jetzt einfach mal auf die Taste, die wir definiert haben. Und ihr seht, das Licht geht an, wenn ich drücke und geht danach direkt wieder aus. Ja, und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Das wollen wir nicht haben. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, warum das so ist. Ja, und zwar liegt es an dem Taster, den wir haben. Weil unser Taster, der geht im Prinzip hin und jedes Mal, wenn ich die Taste drücke, kriegt er ja hier in seinem Klick-Event wahr. Ja, weil ich habe gedrückt. Und unser Trigger hier, der reagiert da drauf. Weil hier steht ja, wenn was geändert wurde. Also, dann kriegt er ein wahr. Ha, es hat sich was geändert. Es ist von falsch auf wahr gegangen. Da hat jemand geklickt. Und fängt an, das Kript zu starten. Und im ersten Moment sieht er ja, aha, unsere LED-Streifen ist aus. Also schalte ich ihn an. Jetzt hat er im Taster die Eigenheit, dass wenn man ihn loslässt, dass er wieder in seinen Ursprungszustand zurückspringt. Und dann also wieder von wahr auf falsch triggert. Also, das Objekt hier wieder, unser Trigger geht wieder hin und sieht, ah, es wurde schon wieder was geändert. Es ist von wahr auf falsch geswitcht. Ha, gut, dann gehe ich wieder rein. Er sieht hier, oh, es ist ja an. Also muss ich ja hier unten das Teil wieder ausschalten. Und genau das Problem ist das mit dem Taster. Ja, mit dem Schalter wäre das so kein Problem. Und jetzt noch ganz kurz, wie man dann sowas beheben kann. Es gibt hier die Möglichkeit, unserem Trigger zu sagen, auf was soll er denn hören. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, hey, du hörst nur auf wahr. Ja, also nur, wenn unser Taster wahr sagt, dann triggere hier das an, was hier drin steht. Und wenn nicht, dann macht gar nichts. Das heißt, wenn wir dann die Finger von der Taste weg machen, dann geht wieder auf falsch. Dann würde der hier gar nicht mehr reagieren, weil er reagiert ja nur auf wahr. Ja, und das wollen wir jetzt auch mal testen. Ich speichere das ab. Und gestartet ist er noch, wie man hier sieht. Und jetzt nehmen wir wieder unseren Taster in die Hand und ich drücke wieder unten links drauf und zack, es geht an. Und wenn ich wieder drücke, geht es aus. Ja, so funktioniert es dann richtig. Jetzt ist es natürlich eine Möglichkeit, das zu machen. Das geht natürlich auch noch viel schöner. Wir brauchen das ganze Konstrukt hier drin eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ich mache das nur, damit die absoluten Anfänger einfach sehen, was da passieren kann und wie man sowas aufbaut. Im Prinzip können wir hier drin mal alles rauslöschen. Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, wir wollen ja einfach nur, dass er den Zustand aus von unserem LED-Streifen ihn anschaltet. Und wenn er an ist, soll er ihn wieder ausschalten. Also, um das zu bewerkstelligen, einfach nur von an nach aus und von aus nach an zu schalten, gibt es hier im System was. Das nennt sich Umschalten hier. Und der macht nichts anderes. Der To-Di-Objekt-ID. In dem Fall müssen wir hier natürlich wieder unseren LED-Streifen eingeben. Das machen wir auch jetzt geschwind wieder. Bin ein bisschen zu tief. Hier ist er. LED-Wand-Büro. Ich möchte die Funktion an aus benutzen. Okay. Und der macht nichts anderes, wie einfach umschalten. Ist er an, macht dann aus. Ist er aus, macht er an. Ich drücke einmal auf Speichern. Gestartet ist es immer noch. Und jetzt schauen wir uns wieder das Ganze an. Ich nehme den Taster. Ich drücke einmal links unten drauf. Und er schaltet um von aus nach an. Und ich wieder drücke von an nach aus. Ja. Und das soll es eigentlich soweit schon mal gewesen sein. Wie gesagt, ihr könnt da ganz viel machen. Das war jetzt das einfachste Beispiel mit dem Taster und unserem LED-Streifen. Ihr habt da so viele Möglichkeiten. Ja, ihr könnt zum Beispiel das Astro-Wetter nehmen. Ja, da könnt ihr nach so einem Aufgang, so einem Aufgangsende, blablabla. Schaut es euch selber an. Ja, da könnt ihr nach ganz vielen Sachen triggern, was das euer LED-Streifen schaltet oder irgendwas tut. Ihr müsst ja hier auch nicht nur umschalten. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Effekt triggern. Ja, ich kann ja auch sagen, ich nehme das hier. Ich möchte irgendwas steuern. Ja. Und dann sage ich steuere die Objekt-ID. Gehe in meine Segmente. Das hatten wir uns ja am Anfang angeschaut. Und irgendwo haben wir hier ID des Effekts. Da drücken wir drauf. So, und jetzt kann ich, das mache ich mal raus. Und jetzt kann ich hier den Effekt mit ändern. Jetzt fragt ihr euch natürlich, womit muss ich den ändern? Dazu müssen wir mal ganz kurz in die Objekte schauen. Da kann ich es euch zeigen. Also es ist echt relativ einfach, das auch rauszufinden. Ihr geht in die Objekte, geht wieder dorthin, wo euer LED-Streifen drin ist. Und da im Ordner W-LED und da ist dann auch FX, das, was wir gerade ausgewählt haben. Und hier seht ihr, hinter jedem Effekt ist eine Nummer. Ja, ich mache jetzt mal Rainbow raus und ich mache mal, keine Ahnung, Fade rein. Und sage, okay, wertsetzen. Und jetzt Fade hat die Nummer 12. Also seht ihr, ich kann den Effekt mit Zahlen ansteuern. Also haue ich in meinen Steuere, mein Effekt steht auch hier, ID des Effekts, mit einer Zahl, wo finde ich eine Zahl unter Mathematik, schnappe mir hier eine Zahl und gebe jetzt hier zum Beispiel mal die 12 ein. Ja, das machen wir weg. Im Prinzip sagen wir jetzt nichts anderes. Wenn unser Taster geklickt wird, macht den Effekt Nummer 12 rein. So, und jetzt schalten wir den LED-Streifen einfach mal an, damit man das besser sieht. Na, jetzt hat er es natürlich schon gemacht, egal. Ich habe ja gerade auf den Effekt geschaltet. Also gehen wir hin und sagen, hier, mach wieder die 9. Die 9 ist ja in dem Fall unser Rainbow-Effekt, ne. Und jetzt habe ich da die 9 drin stehen. Ich nehme meinen Taster, wieder linkes unteres Eck. Da haben wir nichts geändert. Und ich drücke da drauf und zack, ist wieder mein Rainbow-Effekt da. Seht ihr? Und genau so kann man die tollsten Sachen machen. Könnt ihr euch eine Fernbedienung für die Effekte bauen? Oder ihr könnt sagen, mit dem Taster schallt die Effekte durch. Mach heller, mach dunkler. Da habt ihr hier die ganzen Werkzeuge dazu und findet wirklich super Hilfe im Internet, im IO-Broker-Forum. Ich habe es schon oft wiederholt. Es gibt auch ganz, ganz tolle Videos für Blockly, für Anfänger auf YouTube. Findet ihr wirklich viel. Mir ging es jetzt heute einfach nur mal darum, dass wir WLED in IO-Broker einbinden. Eine kleine Spielerei wollte ich zeigen. Das haben wir gemacht. Und damit sehen wir uns dann, denke ich, zum Schlusswort. Bis gleich. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Da sind wir schon durch. Das dritte Video in der Reihe, auch das kürzeste. Wunderbar. Dann kann ich nämlich jetzt ins Wochenende starten. Ich wünsche euch ganz schöne Ostern, schöne Feiertage noch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bis dann.